Ich bin von Japan nach Frankfurt geflogen und habe während des Fluges live gestreamt. Keine Ahnung wie das passiert ist. Viel Spaß! Bin ich live? Halt, Mann. Ich bin live. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Digga, ich schulde. Das Flugzeug, wo kein mehr. Bro, was ist denn da? Ja, das ist geil. Das ist geil. Bro, was? Oh, guck. Wir sitzen in der letzten Karte. Scheiße. Wir sind wieder zu Hause. Wir fliegen noch. Warte, ich kann es euch zeigen. Wir fliegen noch. 11 Stunden. In 11 Stunden bin ich da, Jungs. Also in 11 Stunden bin ich in Frankfurt. Dann muss ich dann 5 Stunden warten und dann nochmal eine Stunde nach Rutsburg. Und dann bin ich da. Bro, ich finde das so ein Geistesgeck, dass das gerade funktioniert, ne? Ich finde das so krass. Das Ding ist gleich. Kommt die Stewardess zu mir, Digga. Ist das die Konneville? Ja, ja, das ist die Konneville. Nein, das ist Business. Ich, oder? Oh, mein Gott, das ist Konneville, Digga. Guck mal, was ich bekommen habe. Ich habe erst mal. Wuuuui. Essie, Essie. Geil. Digga, warte mal. Ist das Zitrone? Ist das da Zitrone? Digga, wer gibt dir Zitrone? Weil sowas mit dabei... Ich teste. Das ist so schlimm. Ach, Digga. Das war keine Zitrone, aber das hat trotzdem scheiße geschmeckt. Das war keine Zitrone, aber das hat trotzdem scheiße geschmeckt. Ah, okay, jetzt pass auf. Schau mir das an. Ich kann mich einfach hinlegen. Ich liege jetzt hier. Ist das nicht geil? Okay, pass auf, das ist nicht alles. Ich habe hier ein Kissen, hier eine Matratze und... eine Decke. Und dann kann ich petten in der Luft. Aber das war nicht alles. Es gibt hier nämlich Smart TV. NoJok, das ist geil. Man kann mit anderen Leuten chatten. Aber ich habe noch keine Chat-Nachricht bekommen. Messaging von Sitz zu Sitz. Wollt ihr wirklich C2C? Messaging aktivieren. Sie werden Nachricht von anderen Flugkissen erheilt. Ah, stimmt. Ich habe es doch gar nicht angemacht. Jetzt kann ich senden. Und dann kann ich zum Beispiel von der Person da einen Buchstaben aufschreiben. Und dann kann ich dem schreiben. Ich schreibe mal Hallo. Hier ist Tastatur. K. 11k. Hi. Ich schreibe einfach nur Hi. Und senden. Oh, ich habe es gesendet. Ich habe es gesendet. Warte, ich zeige euch vielleicht eine Roomtour, wenn sie weg ist. Weil die guckt immer. Die guckt immer komisch, wenn ich da mit dem Handy filme. Das war auch ein letzter Flug. Da habe ich geblockt. War am Anfang richtig nett. Seitdem ich da mit dem Handy angefangen habe zu filmen, auf SoC. Dann hatte ich mich richtig Gas. Und war richtig böse zu mir. Also nicht böse, aber nicht nett zu mir. Oh, hier hat man noch die Tasche bekommen. Aber ich lege die wieder weg. Oh, ich kann auch... Wir können Klo gehen zusammen. Warte, komm, wir gehen in die Toilette. Das ist lustig. Ich habe bloß besetzt. Dieses rote Licht. Ja, dann zeige ich euch meine Roomtour jetzt. Okay, hier ist meine Roomtour. Hier ist meine Area Kappe. Mit dem Switch aufgeladen drinnen. Hier ist diese Fernbedienung. Hier habe ich mir noch Food geholt. Und davor. Das war es eigentlich. Denkst du ein tolles Clip, wenn du jetzt abstürzt? Boah, Bruder, ich bin ehrlich. Das wäre nicht so geil. Wohin geht's? Bruder, nach Hause. Ich war zehn Tage lang in Japan. Du merkst mir aus dem Setter. Das ist so eine fette Schlange, wenn der schon letztlich kommt. Die sind so. Digga, Bildsch... Boah, Digga, wieso macht's hier ein W? Pass auf, ich zeig's euch. Das ist halt alles auf andere Sprache. Aber es gibt Rapunzel auf Deutsch. Hab ich mir letztes Mal angeschaut. Ich glaube, ich gucke mir jetzt auch was auf Englisch an. Bro, Alter, mein Vater hat mir gerade auf Food. Das ist ein Glückschritte. Bro, ich liess es lieber nicht vor. Der hat, als ich nach Japan geflogen bin, hat er gesagt, ich soll mit der Stewardess ein Safi machen. Hab ich nicht gemacht. Und jetzt, wenn ich nach Hause fliege, hat er gesagt, deine Mission ist es, mit der Stewardess ein Foto zu machen. Digga, ich hab keine Ahnung, was der von mir will. Streamsniper. Digga, ich stelle da schon wie so ein anderes Flugzeug, Digga, Streamsniper so nebendran sozusagen. Mein Gott, kommt mal aus dem Fenster. Ich mach Laserpointer. Kann mir jemand Kotlin sagen, den ich hier machen kann? Ich kann nur rumsitzen nehmen. Jo, Jungs, ich bin nochmal weg. Ciao. Boah. 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 Ne, ich sehe aus wie dummer Schwarz. Ich will schon wieder hoch machen. Ja? Es wird hell draußen. Seht ihr das? Die Toilette ist frei. Die Toilette ist frei. Wenn ich jetzt in der Toilette bin, kann ich aus dem Fenster filmen. Das ist jetzt so geil. Ich stehe jetzt auf der Toilette. Ich guck mal, hier ist das Fenster. Da, oh mein Gott. Da sieht... Alter, wie geil. Man sieht was. Rollin, Digga. Ich bin so glücklich, mit euch zu diesem Moment zu reden. Guck mal, hier gibt es heißes Wasser. Da kann man so extra warm machen. Ah, Kälte. Technologie von heute, Digga. Ah, deswegen war ich hier die ganze Zeit voll. Wir haben hier so Zapptaster und so alles gejustet. Das war nämlich alles voll voll. Hier ist Seife. Hier ist Spiegel. Hier ist Toilette. Hier ist Spiegel. Hier ist Griff. Hier ist Himmel. Alter, sieht das krass aus. Digger. Digger. Leben. So, ich hoffe, ihr fällt jetzt nicht in den Müll. Hä, was ist das denn? Ach so, Mauforsch. Es ist keine Zapptaster. Ja, die haben keine Zapptaster mehr. Macht dann Mauforsch. Das Ding ist, ich muss jetzt pissen. Okay Jungs, falls ihr mich jetzt keiner hört, ich beende den Stream. Ansonsten auch für den besten ist es. Es crasht sowieso die ganze Zeit. Ich wollte eh nur kurz live. Digga, ich habe fast eine Stunde live den ganzen Flugzeug. Da hinten wird es schon hell. Aber ich glaube, ich penne jetzt. Ich bin in die Familie-Kids-Gala her. Gerade gut. Da kann ich nicht mehr dann sehen. Das ist dann morgen wieder bei euch. War ein geiler Stream. Stream im Flugzeug. Das gibt es nicht immer. Das ist rare. Adios. Oh nein. Dann j glued er. Untertitelung aus. Jäger die ganze Zeit bei euch.